Diese Jacke ist ja, in ganz Gießen ist sie ja bekannt. Ja, wo hast du sie herbekommen, ganz einfach? Das ist ein, ich sage immer ein Einzelstück. Ich habe gegoogelt, es gibt sie nicht. Ich bin mit in die Katschent gefußt, habe ein paar Lawinen geschwächt und an der Theke der Gatsche hat es so komisch gelohnt. Da habe ich ein paar auf die Nacken gehackt. Dann kam die Gliste und hat mich in Kollo geschwächt.